Er sagt, er kennt jemand, der sagt vor dem Essen, Bismillahirrahmanirrahim. Wir sollen, wir haben gelernt, Bismillah zu sagen. Und dann sagt er nach dem Essen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nein, wir haben gelernt, nach dem Essen zu sagen, nach der Sunnah, Alhamdulillahilladhi at'amani hadha wala zaqani'i min gayri hawlim minni wala kuwa. Und wer das sagt, Allah wird ihm alle Sünden vergeben. Deswegen in einer Überlieferung bei Tirmidhi, als Ibn Omar, radiallahu an, einmal mit einem Mann zusammenbaut. Und Ibn Omar war bekannt, dass er sehr an der Sunnah festgehalten hat. So nieste ein Mann und sagte, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dann sagt Ibn Omar zu ihm, ma haka da ta'allamna. Wir haben das nicht so gelernt, wie du das sagst. Walakin ta'allamna anna kula, Alhamdulillah. Wir haben nur gelernt zu sagen, Alhamdulillah. Schau mal, der hat nur ein paar Worte hinzugefügt, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Und Ibn Omar hat ihn gebremst, weil das nicht von der Sunnah ist. Naam, wallahu ta'ala ala wa alam.